Mein Name ist Katrin Boron, ich bin vierfache Olympiasiegerin im Rudern. Eine Bronzemedaille war der Abschluss 2008 meiner Karriere, achtfache Weltmeisterin und fünffache Vize-Weltmeisterin. Jetzt zeichne ich mich verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für den Olympiastützfunk Brandenburg, den wir gerade dabei sind, so ein bisschen aufzubauen. Erhard Sport ist der offizielle Ausrüster für den Olympiastützfunk Brandenburg. Sportgeräte sind in allen Sportarten notwendig und ohne derartige Unterstützung kann der Sport modern und auch anforderungsgemäß gar nicht abgesichert werden. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir so einen kompetenten Partner an unserer Seite haben. Das ist ein kompetenten Partner.